Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Wir stehen im Halbfinale mit Bowser und mir von Lühe Gameplays als Hobby. Halbfinale. Mal schauen, wie weit wir kommen. Erstmal gucken, wen wir als Gegner kriegen, mit welchem Charakter. Bitte keinen Buchen. Also, das letzte Spiel war jetzt heftig und im vorletzten Video das Halbfinale mit der Rosalina. Das war echt heftig. Die Vanessa mit Daisy. Hallo, Vanessa! Auf ein schönes Spiel, hoffe ich. Ich hoffe, meine Hände schwitzen nicht allzu stark. So. Schauen wir mal, wie es sich mit der Vanessa spielen lässt. Oh, okay. Mist. Zu spät gesprungen. Äh, was mach ich? Oder was macht Vanessa? Was soll das? Was ist jetzt los? Shit. Jawohl, zwischen ihren Beinen. Scheiße. So, jetzt bin ich wieder dran. Geht doch. Juhu. 1-1 Bowser ist wach Entschuldigung, Vanessa Oh, Mann, ey Was für Matches mittlerweile, ey Shit Nein Scheiße Das kann doch nicht wahr sein Mann, warum reagiert es so spät Das gibt's nicht Toll Aber du hast nur gut gespielt, Vanessa Blöd, dass man so langsam rückwärts läuft Das ist echt mies manchmal Ja, super Nichts gegen dich, Vanessa Aber du hast gerade noch 500 Punkte Das gibt's noch nicht Aber du hast es verdient Du hast gut gespielt Klasse Und das war's wieder mit diesem Turnier Sehr schön Wieder nur bis zum Halbfinale Okay Dann höre ich hier jetzt mal auf Ich muss ins Bett Ja, ich hab Frühschicht Morgen früh Ich muss wieder früh raus Okay Das war Mario Tennis Aces Leider wieder mit einem Fehlschlag Im Halbfinale Mit Bowser und mir Von Nöher Gameplay Als Hobby Wie gesagt Trotzdem gutes Spiel, Vanessa Vielleicht sieht man sich noch einmal Irgendwann hier Und dann gibt's Return Okay Wenn's euch Zuschauer gefallen hat Ihr dürft mir gerne Daumen nach oben da lassen Und ein Abo Und sehen uns hoffentlich Wieder beim nächsten Mal Auf Wiedersehen Viel Spaß noch Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss